Sperren, Verletzungen, Rückkehrer, dazu ein Key-Fact zu jeder Partie an Spieltag 12. Viel Spaß mit dem Kick-Base-Kick-Off. Rein geht's also in die Vorbereitung auf Spieltag 12 und da fällt unser erster Blick natürlich wie immer auf die Spieltagspaarung. Wenn wir da mal reinschauen, sehen wir, es ist eigentlich ein durchschnittlicher Spieltag, kann man glaube ich so sagen. Dortmund gegen Gladbach schwer zu prognostizieren, genauso wie Frankfurt gegen die Stuttgarter. Wir haben es hier und da zum Beispiel bei Mainz und Union auf jeden Fall auch mit dem Thema Trainereffekt zu tun. Und am Ende des Tages haben wir wahrscheinlich hier ganz oben mit den Bayern, Leverkusen und Leipzig wieder die üblichen Favoriten, bei denen wir direkt auch mal stehen bleiben, wenn es um die Sperren und Verletzungen geht. Denn bei Bayer Leverkusen gibt es mal wieder so ein bisschen Diskussionsbedarf nach der Länderspielpause. Dieses Mal allerdings nicht wegen der Menge der Abstellungen oder etwaiger Reisestrapazen, sondern vor allem aufgrund von zwei speziellen Personalien. Zum Ersten haben wir hier Edmond Tabsoba, ist ohne genannte Gründe von der Nationalmannschaft abgereist. Auch bis jetzt hat man von Klubseite bei Bayer Leverkusen nichts weiteres verlauten lassen. Da müsste man also ein bisschen vorsichtig bezüglich des Wochenendes bleiben. Zumindest mal den Stannisic, zumindest mal den Hinkap hier im Blick behalten. Und da sind wir dann auch schnell bei der zweiten Personalie. Jeremy Frimpong. Auch er ist kaum aus der Leverkusener Start-Effekt zu denken. Auch er ist aber frühzeitig von der Nazio zurückgekehrt. Mittlerweile gab es im Gegensatz zu Tabsoba bei ihm Entwarnung. Er soll für Spieltag 12 bereitstehen. Trotzdem würden wir uns an eurer Stelle so ein kleines Hintertürchen offen lassen. Und vor allem die üblichen Verdächtigen Nathan Teller, Armin Adli, die da auf der Schiene zum Einsatz kommen könnten, zumindest mal im Blick behalten. Vielleicht hier und da für den Schmalenthaler mitnehmen und gucken, was das Wochenende bringt. Ein weiterer Ausfall zeichnet sich bei Felix Metcher und den Dortmundern ab. Anhaltende Hüftprobleme könnten seinen Einsatz verhindern. Dadurch rückt für uns auf jeden Fall Marcel Sabitzer in die Pole Position. Mit knapp 20 Millionen jetzt absolut kein Schnäppchen. Wir haben schon gesagt, eingangs schweres Match-Up gegen die Gladbacher, die jetzt vielleicht mit ein bisschen Rückenwind aus der Länderspielpause kommen. Hier also mit Vorsicht genießen, aber Sabitzer für uns auf jeden Fall ein relativ sicherer Starter fürs Wochenende. Für deutlich interessanter dagegen halten wir diesen Mann, der dieses Jahr noch nicht unbedingt durch Formstärke bestechen konnte. Ludovic Ajorg sollte jetzt aber durch Onisivos Verletzungen ziemlich sicher in der Sturmspitze der Mainzer zum Einsatz kommen. Auswärtsspiel in Hoffenheim, keine einfache Aufgabe. Hoffenheim aber vor allem auswärts stark dieses Jahr. Wir erwarten eine Partie am Sonntag, wo einige Tore fallen könnten, wo vielleicht auch Ajorg mal wieder treffen könnte. Und dann ist er natürlich für unter 5 Millionen Markwert ein absolutes Schnäppchen. Ajorg dürfte also stürmen und wir machen uns auf den Weg ein bisschen weiter nach hinten in die Mainzer Defensive, wo die wohl aktuell das größte Lazarett der Liga aufweisen. Wir haben einen verletzten Gilavogi, Hanke Olsen verletzt, Bell angeschlagen. Wir haben jetzt neuerdings sogar zwei Gelbsperren noch obendrauf. Vandenberg fällt aus, vierter potenzieller Innenverteidiger, auch Kor als gelb gesperrt. Und dadurch sehen wir vor allem neben den sowieso gesetzten Spielern wahrscheinlich den Edemilsson-Fernandes wieder hinten in der Dreierkette. Halbrechte Positionen, Standards, potenziell wieder gute Rohpunkte. Und vor allem auch, ihr seht es hier, Tom Kraus. Gerade mal gut 4 Millionen Mark wert. Auf jeden Fall auch jemand, den man vielleicht als günstigen Challenge-Pick, vielleicht als kleinen Lückenfüller im Blick haben sollte. und der am Wochenende auch davon profitieren könnte, wenn, wie angesprochen, einige Tore am Sonntag fallen. Schöner Box-to-Box mit Fielder, hier und da mal ein Abschluss. Und wer weiß, vielleicht springt der ja sogar ein Scorer bei raus. Wir bleiben beim Thema Defensivverbund, wir bleiben beim Thema Innenverteidiger und beim Thema Sechser und landen bei Union Berlin, der aus unserer Sicht wohl interessantesten Mannschaft am Wochenende, was das Preis-Leistungsverhältnis angeht. Die letzten Wochen haben die Preise natürlich ordentlich purzeln lassen. Dazu kommt, dass am Wochenende ein Dürki weiter ausfällt, ein Bonucci noch angeschlagen ist, auch raus sein dürfte aus unserer Sicht und ein Khedira mit der roten Karte noch ein Spiel aussetzen muss. Dadurch natürlich sehr, sehr interessante Personalien für einen wirklich schmalen Thaler. Auf der anderen Seite, wir haben einen Jekyll, der in der Dreierkette, die wir unter dem neuen Trainer erwarten, auch spielen dürfte für unter 3 Millionen Euro. Wir haben einen Knoche, der egal ob Dreier- oder Viererkette neben Leiter auf jeden Fall verteidigt. Unter 8 Millionen wert ist als potenzieller Elfmeterschütze und zu guten Zeiten natürlich auch brutaler Punkter der Unioner. Absolute Bank da hinten drin. Und auf der 6 haben wir tendenziell dann auch einen klaren, alleinigen Sechser. Entweder Tuzar oder Kral, sollte Khedira da vertreten. Unsere Tendenz geht zu Kral, aber bei einem neuen Trainer wollen wir uns nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen. Deswegen macht euch da eure eigene Meinung. Aber bei Union sind auf jeden Fall sehr, sehr günstige Punkte zu holen am Wochenende. Last but not least muss auch Darmstadt einen Ausfall verkraften. Klara fehlt gelb gesperrt. Dadurch wird auf der Innenverteidigung vor allem einen Jannik Müller und aber auch einen Klaus Jasula interessant. Letztgenannter kehrt natürlich gerade aus einer Sperre zurück, wo wir dann auch bei der passenden Überleitung und bei den schönen Dingen des 12. Spieltags wären. Denn in Darmstadt ist auf jeden Fall, mit Ausnahme von Klara, Homecoming angesagt. Jasula, Holland, Magliza dürfen allesamt wieder mitspielen, haben alle ihre Sperren abgesessen und vor allem die Letztbeiden genannten sehen wir auch sicher wieder in der Startelf. Darüber hinaus sollten natürlich auch Maxence, Lacroix und Joshua Kimmich nach abgesessener Sperre wieder absolute Punkte garanten, absolute No-Brainer sein. Denkt also dran, die beiden wieder mit in die Startelf reinzunehmen, so 43, 44 Millionen auf der Bank und potenziell so 100, 200 Punkte aus dem Fenster zu schmeißen, das wird schon wehtun. Damit hätten wir auch für diesen 12. Spieltag unsere Pflicht getan, euch erstmal grundlegend vorbereitet, Sperren, Verletzungen und Rückkehrer haben wir alle auf dem Schirm. Trotzdem haben wir, wie eingangs erwähnt, noch ein paar Leckerbissen, ein paar Fakten für die einzelnen Spiele am Start. Ich muss sagen, ich sehe hier und da vielleicht auch eine kleine Falle, deswegen gerne mal in den Kommentaren Bezug nehmen, gerne mal eure Meinung da lassen. Trotzdem kommt hier auf jeden Fall unser Faktencheck für Spieltag 12. Über 12 Jahre ist es mittlerweile her, dass der FC den Rekordmeister schlagen konnte. 2011 gewann man letztmalig gegen die Münchner Bayern und darüber hinaus sind die Kölner auch noch Lieblingsgegner von Serge Gnabry. 11 Spiele, 13 Scorer, wir sind gespannt aufs Wochenende. Leverkusen geht aus unserer Sicht als klarer Favorit bei den Bremern in die Partie. Lukas Radetzky allerdings konnte in 14 Spielen gegen die Bremer nur ein einziges Mal die Null halten, kassierte insgesamt 20 Gegentore. Vielleicht geht da also auch was für Dux und Co. Zu Null-Garantie für Leipzig. Seit 308 Minuten ist Wolfsburg mittlerweile torlos gegen RB. Jannis Blaselich hat in der laufenden Bundesliga-Saison die meisten Weißen Westen gesammelt, Leipzig die zweitwenigsten Gegentore kassiert. 1449 Punkte sammelten Darmstads Gegner im Schnitt an den ersten elf Spieltagen. Darüber hinaus hat man erst drei Punkte in der Fremde geholt und kassiert im Durchschnitt auch über drei Gegentore pro Auswärtsspiel. Vielleicht ist mal wieder Zeit für ein 300er Grifo. Mal gucken, was meint ihr? Abgesehen von den Bayern und Leverkusen hat Union Berlin in der Bundesliga gegen keinen Gegner mit mindestens zwei Begegnungen eine schlechtere Bilanz als gegen den FC Augsburg. Ist das vielleicht sogar mehr wert als der Trainer-Effekt? Schwieriges Matchup in der aktuellen Phase, beim Blick in die Historie fällt aber auf. Der BVB hat die letzten neun Heimspiele gegen Gladbach allesamt gewonnen. Auch hier also vielleicht ein MVP-Kandidat. Girassi ist back und trotzdem wird es bei der Frankfurter Eintracht nicht einfach. Die letzten drei Auswärtsspiele dort endeten alle 1 zu 1. Außerdem ist Frankfurt seit acht Spielen gegen den VfB ungeschlagen. Also Heimstärke oder Formstärke? Heidenheim zu Hause, drei aus fünf Spielen gewonnen, über zwei erzielte Tore pro Spiel. Bochum auswärts, fünf aus sechs Spielen verloren, weniger als ein erzieltes Tor pro Spiel. Alle beste Besitzer da draußen MVP-Krone im Blick behalten. Die TSG ist in ihrem 16. Bundesliga-Jahr. Immerhin drei Saisons haben die Mainzer vorher schon auf dem Buckel gehabt in der Belletage. Und trotzdem konnte man gegen keine Gegner mehr Punkte holen, als den SC Freiburg und die TSG Hoffenheim. So Freunde, kleiner Statistik-Snack also im dieswöchigen Kick-Base-Kick-Off. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr euch nur noch mehr bestätigt fühlt, wo ihr vielleicht ein bisschen ins Grübeln kommt, was ihr generell von diesen Stats haltet. Und damit bleibt mir auch nur noch, mich zu verabschieden und euch auf jeden Fall eine erfolgreiche Kick-Base-Woche zu wünschen. Bis dahin, ciao, ciao. Bis dahin, ciao.